Es gibt eine alte indianische Geschichte. Da ist so ein alter Häuptling und er sagt, als er so mit seinem Enkel spricht, über was wirklich wichtig ist im Leben. Also wenn das ein Verkäufer wäre, dann wäre der Häuptling der Verkaufs-Superstar und der Schüler würde fragen, was ist denn wirklich wichtig im Leben? Dann sagt dieser Häuptling, naja, musst du wissen, in deinem Leben entscheidet sich alles daran, ob du dem einen oder dem anderen zuhörst. Der Kleine sagt, was? Ja, sagt, du musst wissen, da sind zwei Wölfe auf deiner Schurte. Ein schwarzer Wolf und ein weißer. Und der Schwarze, der redet dir immer Zweifel ein. Du kannst das nicht, du bist klein und so weiter und dein Selbstbewusstsein wird kleiner, dein Zweifel größer. Und dann ist da noch ein weißer Wolf und der will dich motivieren, und der stärkt dein Selbstvertrauen. So erzählt der alte Häuptling das seinem Enkel. Und der Enkel ist ganz beeindruckt, sagt, wow, zwei Wölfe, schwarzer und weißer. Und dann hat er so eine Frage, der Kleine sagt er, ja, aber welcher von beiden gewinnt denn, wenn die beide reden? Wer gewinnt denn da dann? Und dann sagt der alte weiße Häuptling, gewinnend wird der, den ich fütter. Der, den ich fütter. Das ist eine ganz wichtige Lehre. Einstellung hat damit zu tun, womit wir uns füttern. So einfach ist es. Wie so ein Gerät, auf das ich etwas draufspule. Was dann da draufkommt, das wird abgespult. Das geht ja gar nicht anders. Ich kann nicht Beatles aufnehmen und hoffen, dass ich Bach höre. Das ist Quatsch. Was ich reinbringe, das kommt auch raus. Und das ist das, was wir eben besprochen haben. Schwarz oder von mir aus Ente, Weiß oder Adler, Zwerg oder Riese, egal wie Sie sich das vorstellen wollen. Wir können Fernsehen gucken oder wir können ein gutes Buch lesen. Das ist so. Wir können Zucker essen oder Obst. Wir haben Alkohol oder Wasser, Enten oder Adler, dem wir zuhören, wenn wir mit Menschen reden. Wen hören Sie zu? Jemand, der eher eine Ente ist? Wisst ihr, ich habe das durch, ich habe das gemacht, vertrieben. Ich weiß, wie das ist. Ich hatte 500 Mitarbeiter mit 28 Jahren. 500. Ich habe gelernt zu verkaufen und ich habe gelernt, denen verkaufen beizubringen. Und die meisten, über die Hälfte, waren doppelt so alt wie ich. Die musst du erst mal führen. Und denen musst du erklären, Junge, im Grunde genommen, Mädchen, im Grunde genommen, du kommst darauf an, ob du auf den schwarzen Wolf hörst oder auf den weißen. Die haben mich angeguckt. Da spinnt der. Weiß oder schwarz, worauf hören wir? Das sind die Dinge.